Der Thunfisch ist zweifelsohne einer der spannendsten Sportfische im mediterranen Raum. Insbesondere das spanische Epodelta hat dabei in den letzten Jahren für Furore gesorgt. Mit Adrian Vidal haben wir einen der besten, gleichzeitig aber auch verrücktesten Guides für uns gewinnen können. Hier sind schlackernde Knie, kreischende Bremsen und Muskelkater definitiv vorprogrammiert. Schaut selbst! Deskennen, wilden und unexploreden Pläste, hat mich verletzt. Jahr nach Jahr, ich durfte nicht, nach neuen Plänen, nachdem ich einen Ort gefunden habe, wo die Fischung war absolut total. Ich habe einen besonderen Ort, einen sehr besonderen Ort, wo alles anders ist, Die Menschen ist anders, die Umwelt ist anders, die Fischung ist anders. Ich habe die Ebro-Delta gefunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017